Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Babylon Rausch der Ekstase, der ab dem 19. Januar in deutschen Kinos zu sehen ist. Ich bin jetzt du und mit mir diesen Rausch angesehen hat sich der Chris. Hallo Chris. Hallo, there is no place like Hollywood. Das ist wahr, das haben uns jetzt schon diverse Filme gezeigt. Vor zwei, drei Jahren zuletzt Scrap and Tarantino with Once Upon a Time in Hollywood. Jetzt ist Damien Chazelle an der Reihe der Regisseur von Whiplash, La La Land, First Man oder Aufbruch zum Mond, wie er in Deutschland heißt. Und jetzt eben Babylon Rausch der Ekstase und bevor wir über den Film genauer eingehen und reden werden, Chris, erklär uns mal kurz, worum geht es in dem Film? Um eine ganze Menge, aber ich versuche es mal so kompakt wie möglich zusammenzufassen. Wir haben eine Haupthandlung, die sich erstreckt von 1925 bis 1952, also das ganz, ganz klassische Hollywood. Und im Mittelpunkt steht da der junge Mexikaner Manny oder auch Manuel Torres, der nach Hollywood kommt mit großen Träumen und auch Schauspieler werden möchte, aber zunächst beim Film unterkommt als Mädchen für alles, der sich darum kümmert, dass bestimmte Dinge zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Und bei seinen Eskapaden in diesem noch sehr jungen Hollywood begegnet Manny verschiedenen Figuren, die ihn sehr prägen werden. Da ist zum Beispiel der Stummfilmstar Jack Conrad, für den er zuerst Arbeiten erledigt, der sich halt damit auseinandersetzen muss, dass der Tonfilm Einzug bekommt und er leider einfach nicht die Stimme dazu hat. Und dann sind da noch verschiedene andere Figuren, wie ein Jazzmusiker, der mit Rassismus zu kämpfen hat, diverse Produzenten, wie der Studiochef Don Wallach, der Manny auch diverse Türen öffnet und ihn tatsächlich auch zu einem hohen Tier im Studiosystem macht. Aber am aller, aller wichtigsten ist eine bestimmte Frau in Mannys Leben, nämlich die zuerst im Stummfilm agierende Schauspielerin Nellie Leroy, die Manny ziemlich den Kopf verdreht und ihn auch immer in ziemliche Schwierigkeiten stürzt, aber zu der er sich extrem hingezogen fühlt und die ihn prägen wird eigentlich wie kein anderes Verhältnis, das er in dieser Zeit in Hollywood schließt. Vielen Dank. Wir beide haben ihn zusammen geguckt in einem sehr wunderschönen Kino. Und bevor wir in den Saal gegangen sind, weiß ich noch, haben wir uns darüber unterhalten, weißt du eigentlich, worum es in dem Film geht? Und jeder von uns hatte eine andere Synopsis irgendwo gelesen und dann kamen wir aus dem Film raus. Und das Schöne war, jeder dieser Inhalte und Gaben hatte irgendwie recht, denn wie du es auch schon gesagt hast, da steckt wirklich eine Menge drin, der mit Giselle hier in 188 Minuten wirklich reinpumpt. Ich muss aber auch sagen, ich habe diese drei Stunden nicht gemerkt. Wie war es bei dir? Absolut nicht. Das war wirklich, so wie der Untertitel es beschreibt, ein Rausch der Ekstase. Und das hat es auch wirklich auf den Punkt gebracht. Weil das hier kann man eigentlich schon als eine Chronik betrachten. Und wie spielerisch leicht Damien Chazelle hier das alles da reinpackt, ohne dass es sich überladen anfühlt. Ich meine, wir haben ja am Anfang andere Beispiele erwähnt. Bestimmte Filme aus dieser Ära oder auch Hail Caesar von den Cone-Brüdern, die picken sich immer eine bestimmte Ära raus und dann schildern die, was da passierte. Damien Chazelle wagt hier aber den ganz großen Wurf. Er nimmt die Stummfilmzeit und spinnt das rüber bis ins Studiosystem der 50er Jahre und im letzten Drittel sogar noch ein bisschen darüber hinaus, was wir hier nicht erwähnen wollen. Und das schreit natürlich nach überladener Katastrophe. Da käme einem sofort der Begriff, der an dieser Stelle von amerikanischen Kritikern immer genannt wird, nämlich Clusterfuck in den Sinn. Aber das ist es nicht. Es passiert so viel und die Lauflänge tut ihm eigentlich auch ziemlich gut, denn er nimmt sich die Zeit, das alles organisch und flüssig zu erzählen. Und das entwickelt wirklich dann einen wunderbaren Flow. Es gab irgendwann in diesen drei Stunden eine kleinere Phase, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, okay, jetzt hält der Film so ein bisschen an. Jetzt kommt er zu Atem. Jetzt ist so ein bisschen, ich sag mal, Stillstand, weil davor ist dieser Film nur in Bewegung. Die Kamera bewegt sich immer, sie zirkuliert, sie gleitet, sie schwebt. Der Schnitt ist nicht unaufdringlich, aber auch der ist sehr aktiv. Es ist jetzt kein Staccato-Schnitt-Festival. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Aber der Film ist wirklich so omnipräsent, immer in Bewegung. Und das reißt mich zumindest so komplett mit, dass ich wirklich baff war, wie schnell alleine der Prolog, nenne ich es mal, zu Ende war. Denn bevor wir das erste Mal die Titel eingeblendet sehen, vergehen locker 20 Minuten. Ja, ich hab damit nicht gerechnet, dass der dann noch kommt. Ich hab wirklich gedacht, das ist einer dieser Fälle. Der Film ist zu Ende, Schwarzblende, und dann kommt der Titel, bevor Directed by Damien Chazelle kommt. Aber du hast diese wirklich fulminanten ersten 20 Minuten, wo es unter anderem eine wilde Party zu sehen gibt und auch Dreharbeiten und so weiter und so fort. Und dann kommt der Titel. Und du denkst dir, da hat aber jemand ordentlich vorgelegt. Und das ist in der Tat erst wirklich der Anfang. Das ist in der Tat erst das Warm-up für das, was danach noch folgen wird. Also das ist schon wirklich wahnwitzig, was Damien Chazelle hier an großen Setpieces auffährt und an großen Momenten, die ganz verschiedene Stimmungen einfangen. Aber auch tonal wirkt das Ganze irgendwie nie außer Kontrolle geraten. Weil du hast hier alles Mögliche. Du hast wildeste Comedy. Manchmal auch Comedy, die gewaltig unter die Gürtellinie zielt. Du hast unfassbar düstere Momente. Du hast Momente, die auch die Absurdität und das Menschenverachtende, das im Filmgeschäft nun mal damals präsent war und heute immer noch irgendwo manchmal präsent ist, einfängt. Und doch ist das Tonal immer eine einzige große Harmonie. Und das hat mich wirklich am meisten umgehauen. Ich bin wieder Christus' Meinung. Ich kann jetzt auch wirklich nichts dagegen halten, weil ich auch so begeistert bin wie mein Kollege hier. Das ist ein Film fürs Kino. Ich bin sehr froh, den auf der großen Neimann sehen zu haben. Ich überlege auch wirklich, mir den jetzt nochmal anzugucken. Und was ich auch eben schön finde, wie du es auch schon sagtest, der ist jetzt kein reinrassiges Tribut an diese Zeit oder an diese verschiedenen Dekaden aus Hollywood. Der zeigt schon sehr deutlich die Schattenseiten auf. Er lässt sie immer so, fand ich, immer so am Seitenblick so ankommen, sich so anpürschen, bis sie dann halt die Story übernehmen. Und da sind wirklich ein paar sehr finstere Sachen zu sehen in diesem Film. Und oft, und das fand ich schön, aber oft sind diese Schattenseiten ebenso absurd wie die schönen Seiten. Nicht immer. Also gerade wenn es um das Thema Rassismus geht, ich finde Chazelle wirklich ein paar sehr schöne Szenen. Wobei, schön jetzt in Anführungszeichen. Aber gegen Ende gibt es auch, lernen wir eine Seite von Hollywood oder Los Angeles kennen, wo ich auch so buff war. Weil da ging der Film bestimmt schon über zwei Stunden. Ich dachte eigentlich, okay, ich weiß, was kommt. Der Film kann mich nicht mehr überraschen. Und dann haut der aber wirklich im letzten Akt nochmal einen raus, wo ich dachte, das hätte ich von, gerade vom Regisseur von La La Land nicht gedacht, was da alles kommt. Ja, denn klar, wenn wir an die Schattenseiten von Hollywood denken, dann denken wir an Dinge wie ausschweifende Partys, Drogen und Sexexzesse. Aber dass es zu derartigen Perversionen kommen kann, zu wirklich richtig abgründigen Sachen, wo du dir wirklich denkst, das ist ja schon wirklich krank. Du assoziierst mit sowas eher die heutige Zeit, aber nicht irgendwie die 20er, 30er, 40er, 50er Jahre. Und was dann da teilweise passiert, was das schon damals zu der Zeit für eine wilde Freakshow teilweise war hinter verschlossenen Türen, das hat mich dann auch tatsächlich nochmal überrascht. Sowas habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe relativ früh, nachdem wir aus dem Kino waren, dann auch dir die Frage gestellt, so, warum zum Teufel hat der in den USA kein NC-17 bekommen? Weil, also für amerikanische Verhältnisse habe ich da wirklich verdammt viele blanke Brüste und Genitalien gesehen und noch ein paar andere Sachen, plus Körperflüssigkeiten en masse. Also da ist der Film auch nicht zimperlich. Aber er verkauft das so, dass es immer wirkt, als gehört es einfach dazu. Weißt du, wenn du so eine ekstatische, orgasmische Party hast, gehört es auch einfach dazu, dass da irgendwo im Hintergrund ein paar Nackedeis rumflitzen und teilweise eben auch sich vergnügen. Du hast es so auf den Punkt gebracht. Das ist der Grund, warum es kein NC-17 gab. Er ergötzt sich nicht an den Sauereien. Er rückt das nicht so sehr in den Mittelpunkt und hält da ewig drauf. Das ist immer so, du siehst ein großes Headpiece, eine Party oder was auch immer und dann passiert das im Hintergrund und das passiert und das passiert. Und ja, es ist Bestandteil der Szenerie. Aber du hast nie irgendwie das Gefühl, dass wir uns an Sex oder Gewalt hier ordentlich aufgeilen oder an bestimmten Szenen länger dran kleben, als es sein müsste. Und das ist irgendwie das Ganze, was es trotz all dem Fluss an Körperflüssigkeiten, den es hier zu sehen gibt und ja, so ziemlich alles ist dabei, dann trotzdem komischerweise geschmackvoll bleibt. Also es ist ein ganz interessanter Spagat, den er hier hinbekommt. Ja, was ich auch toll finde, ich hatte in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie das Problem, dass ich angefangen habe, Margot Robbie nicht mehr sehen zu können, weil ich das Gefühl hatte, in jedem zweiten großen Film ist die drin. Tolle Schauspielerin für mich, gar keine Frage, aber ich war sie irgendwie überdrüssig. Deswegen war meine Begeisterung, dass sie jetzt mit einer Hauptrollen hier spielt, eher verhalten. Muss aber sagen, ich glaube, es ist für mich neben Aitonia ihre beste Rolle. Ja, wenn es zu Oscar-Nominierungen kommen wird, der Film wird ja nun mal nicht groß absahnen, obwohl er es verdient hätte, weil wie gesagt, Popularität ist bei den Oscars ja eigentlich wichtiger als Qualität und wenn so ein Werk da katastrophal floppt, dann sollte man nicht glauben, dass der da hier bester Film gewinnen kann oder sowas. Seine Siegeschancen sind leider schon ziemlich gegen null. Aber wenn es zu Darsteller-Nominierungen kommt, dann muss Margot Robbie die kriegen. Also Brad Pitt hat einen guten Job gemacht, alle anderen haben einen guten Job gemacht. Aber Margot Robbie ist hier wirklich, genau wie bei Aitonia und auch in vielen anderen Sachen, ein wirklicher Wirbelsturm. So, sie ist euphorisch, sie versucht, professionell zu sein. Dann ist sie mal wieder am Boden zerstört. Dann merkt sie, dass sie nicht so richtig reinpasst und benimmt sich auch dementsprechend daneben. Sie hatte mal sowas sehr Ambitioniertes, diese Figur, aber gleichzeitig auch sehr was sehr Kindisches, weil man halt ihre Wurzeln auch sehr gut mitbekommt. Sie ist halt so das Kleinstadtmädchen, das da hinkommt. Das ist zwar das typische Klischee, aber Damien Chazelle arbeitet hier mit diesem Klischee auch ziemlich clever. Du siehst halt, sie gibt sich alle Mühe, um da irgendwie Fuß zu fassen und sie schafft es auch so halb, aber sie passt halt nicht in diese Gesellschaft rein, obwohl sie am Filmset hart arbeitet und das leistet, was sie leisten muss. Und dass sie letzten Endes ein anderer Schlagmensch ist, das kostet sie am Ende irgendwie die Karriere. Und das ist irgendwie ganz interessant, um das halt auch auf den Punkt zu bringen. Talent alleine und harte Arbeit ist irgendwo nicht ausreichend. Man muss leider auch die gleiche Sprache sprechen können, wie diese Leute es tun. Das fand ich interessant. Ich hatte immer das Gefühl, dass Margot Robbys Figur nicht hart arbeitet, aber sie hat das Talent. Aber, und das ist ja das Problem, sie hat das Talent als Stummfilmstar und dann kommt der Tonfilm. Damit teilt sie ja quasi fast das gleiche Schicksal wie Brad Pitt's Figur, nur dass Brad Pitt's Figur halt eben den Vorteil hat, dass er schon, bevor Margot Robbys Figur überhaupt ankommt, schon ein sehr gefeierter, gemachter, ich würde sagen, altwürdiger Star ist. Ja, es ist also wirklich interessant, wie man da eigentlich zweimal das gleiche Schicksal sieht, nur eben aus unterschiedlichen Perspektiven. So diese aufstrebende Karriere, die halt dann da dieses radikale Ende nimmt und dann eben der Niedergang von jemandem, der schon eine gemachte Größe war. Und auch, wie unterschiedlich damit umgegangen wird. Weil Brad Pitt's Storyline ist halt wirklich irgendwo der krasse Gegensatz zu Margot Robbie's Storyline vom Ton her. Weil Brad Pitt's Storyline hat die ganze Zeit etwas Melancholisches. Da ist dieser Stummfilmstar, der nicht nur merkt, meine Zeit ist vorbei, ich hab nicht die Stimme für den Tonfilm, sondern der dem Ganzen auch einfach überdrüssig wird. Der das schon viel zu lange macht. Und noch eine Party. Und noch eine Affäre. Und noch ein wilder Exzess. Und da wird halt auch sehr schön die Leere hinter dieser Existenz aufgezeigt. Wo man, wo Brad Pitt sich dann selber auch irgendwann fragt, was mach ich hier eigentlich und wie lange mach ich das jetzt schon? Und was hab ich eigentlich noch davon? Gibt's überhaupt noch irgendwas, was ich hier machen kann, was von Bedeutung ist? Und diese Melancholie, die bei ihm kommt, gegenüber dieser wirklich, dieses Höllenritz, den Margot Robbie da absolviert. Das war sehr schön. Gegeneinander übergestellt. Die dritte Hauptfigur ist Diego Calva, ein mexikanischer Schauspieler, den ich zuvor noch nie gesehen habe, obwohl er wohl in sechs Folgen Narcos Mexico mitgespielt hat, die ich gesehen habe. Aber er ist mir nicht aufgefallen. Der liefert hier aber auch ab. Also das ist für mich sogar, würde ich sagen, du hast es ja auch in deiner Synopsis sehr zentral, die eigentliche Hauptfigur. Wenn man so will, ist es fast schon die Art vielleicht Erzähler. Derjenige, der schon in dieser Bubble, nenne ich es mal, drin ist, aber trotz allem immer ein bisschen außen vor, weil er noch so, ich sag mal, das Arbeitstier ist und sich halt eben nach und nach hocharbeitet. Ja, auch bei seiner Figur, da hat man auch bestimmte Klischees umschifft, finde ich eigentlich. Weil ich hätte bei seiner Figur, als er angefangen hat, als dieser getreue, demütige Helfershelfer am Set. Ich tue alles, was sie wollen. Ich will unbedingt in dieser Industrie arbeiten. Sagen sie mir einfach nur, was sie brauchen. Und ich hab dann irgendwie die Sorge gehabt, sein Charakter nimmt diesen typischen Bogen, dann steigt er auf und wird einflussreich und wird jemand und dann wird er furchtbar arrogant. Und das steigt ihm alles zu Kopf. Und er wird einfach nur ein unausstehlicher Drecksack. Und auch das hat man hier clever umschifft. So, dass er je einflussreicher und je mächtiger er wurde in dem Business, desto mehr hat man den Eindruck, merkt er eigentlich, dass das alles nichts für ihn ist. Gerade weil er sich seine Moral und seine Integrität beibehält. Er wird zwar zu einem Menschen, der da jemand Gemachtes ist, aber er verfällt halt nicht diesem ganzen Irrsinn. Und gerade deswegen kommt er halt auch auf einem gewissen Punkt auch an die Stelle, wo er die Notbremse ziehen will. Und das hat mir auch gut gefallen. Du hast hier ganz viele Sachen bei jeder einzelnen Figur, die zur furchtbaren Klischee-Nummer ausarten könnte. Und Damien Chazelle weiß aber hundertprozentig, was er hier macht und kriegt jedes Mal immer wieder die Kurve. Ja, ich sagte ja schon, glaub ich, zu Beginn, ich war nie so großer Fan seiner vorangegangenen Filme. Aber Babylon, also ganz ehrlich, das Filmjahr oder das Kinojahr 2023 hätte für mich oder, glaub ich, für dich auch nicht besser anfangen können. Und was auch eine unglaubliche Qualität des Films ist, ist der technische Aspekt. Die Musik von Justin Hurwitz, der übrigens bislang nur Musik, also nur Musik kombiniert hat für Filme von Chazelle, die ist so treibend, die ist so wild, die ist so, also im guten Sinne penetrant und laut. Und ja, ich weiß, diese Musik, die da meistens läuft im Film, ist gar nicht so sehr authentisch 20er, 30er Jahre. Aber das ist mir auch vollkommen egal, weil sie treibt, wirklich. Und dann hätten wir noch die Bilder von Linus Sankren, das ist ein skandinavischer Kameramann, der auch jetzt schon längere Zeit mit Chazelle zusammengearbeitet hat. Und diese Kamera ist auch so unglaublich toll. Ich sagte schon, die ist immer so am Zirkulieren. Aber das Besondere ist, es wirkt nie wie ein Gimmick. Es wirkt nie so aufdringlich. Es wirkt nicht so, dass der Film die ganze Zeit anschreit, seht her, hier, die Kamerafahrt, war das nicht schön? Es wirkt alles unglaublich organisch, lebendig, vitalisierend und umwerfend. Ja. Der Soundtrack, ja, der war stimmig und hat einen mitgerissen. Aber das fand ich manchmal schon ein bisschen komisch. Dann hast du gemerkt, und jetzt kommt wieder Tempo nach ein paar ruhigen Momenten, wenn dann praktisch das nächste irrwitzige Trompeten- oder Saxophonsolo anfing. Dann hast du irgendwie schon, das war so die Einleitung. Und jetzt geht's wieder rund. Und das war manchmal so ein bisschen, ja, da hätte man sich hier und da was anderes einfallen lassen können. Aber ja, es war absolut stimmig. Handwerklich ist das absolut perfekt. Und ich kann wirklich nur sagen, Leute, also als quasi Fazit auch und als Empfehlung, das hier ist pures Kino. Wenn ihr ganz großes Kino wollt, mit allem, was dazugehört, dann gebt euch das hier, vergesst James Camerons blöde Schlumpfkatzen. Das hier hat zwar kein 3D und kein bahnbrechendes CGI, aber das gibt euch alles, was ihr von einem Kinobesuch wollt. Die Klaviatur der Gefühle rauf und runter gespielt. Und natürlich eben auch tolle Bilder und hervorragende Inszenierungen. Wie ich schon sagte, ich bin da komplett bei dir, kann jetzt auch nicht mehr hinzufügen. Ich sag's mal, wie es mir vorkam, als ich aus dem Film rauskam. Dieser Film ist quasi so das Incest-Ergebnis aus The Player, The Artist, Wolf of Wall Street, Boogie Nights, Hail Caesar, Once Upon a Time in Hollywood, noch ganz, ganz vielen anderen Filmen. Ganz ehrlich, ich hab schon lange keinen Film mehr gesehen, der drei Stunden geht und der mich in diesen drei Stunden so oft immer wieder vom Neuen begeistern und auch überraschen konnte. Alleine in den ersten fünf Minuten passiert eine Sache. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Christopher, aber ich dachte, die machen das wirklich. Ja, ja, also man kann sehr viele YouTube-Videos dazu gucken oder Essays lesen über fulminante Opening Sequences, Eröffnungsszenen, die einfach sofort deine Aufmerksamkeit catchen und sie behalten. Und das hier ist ein Paradebeispiel dafür. Der beginnt mit einer Szene, du glaubst wirklich deinen Augen nicht. Das ist jetzt wirklich das, was die jetzt hier vorhaben. Und dann eskaliert es auch noch in einer Art und Weise, wie man es sich nicht ausmalen kann. Also der Anfang setzt den Ton wirklich hervorragend, weil in diesem Irrsinn geht es tatsächlich die ganzen drei Stunden weiter. Drei Stunden könnten wir jetzt auch noch über diesen Film weiterreden, aber ich hab das Gefühl, dass wir uns dann wahrscheinlich im Kreis drehen. Denn wir haben jetzt in diesen knapp 20 Minuten, der hat es bestimmt schon zehnmal gesagt, dass wir diesen Film großartig finden. Ich glaube, damit bringen wir es sehr gut auf den Punkt. Wir beide finden diesen Film großartig. Er ist in den USA, leider ziemlich gefloppt. Hoffentlich ist das im Rest der Welt anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film trotz allem ein großer Erfolg wird, aber vielleicht, wenn ihr da draußen ein Herz habt für gute Filme, vor allem für einen Film, dessen deutscher Beititel perfekt passt, dann bitte geht ins Kino und guckt euch Babylon Rausch der Ekstase an. Ich werde es versuchen nochmal hinzubekommen, der Chris wahrscheinlich auch. Und damit sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall im Internet, bei Social Media und natürlich auf der eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de und wenn ihr diesen Podcast bewerten wollt, unter anderem bei Apple Podcasts oder Spotify, dann tut das gerne. Am liebsten natürlich, es wäre uns am liebsten, mit einer guten Bewertung. Chris, vielen Dank auch an dich. Ich sage Arobi Detschi und Chris, dir gebührt das letzte Wort. Cut! And that's a wrap. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.